So, ich muss jetzt noch einen Schluck trinken. Super. Ach, die Kamera läuft schon. Sehr lustig. Jo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ich liege ein bisschen leiser im Moment. Also ich merke, ich habe nur voll die Halsschmilze. Ich habe einfach zu wenig getrunken, trockenen Hals, versteht ihr? Egal was, wenn ich eine Matte reinfange. Hauptsache kein Bock drauf, aber das Spiel muss ja irgendwie vorbei gehen. Und es gibt dann die sechste Nacht. Ach, ich würde dann... Ich hätte die Kaste mehr. Und da sollte ich nur sehen. Ja, ich bin ja... Ach, ich bin ja. Das war's für heute. Ich hab gesagt, in diesem Spiel muss ich nämlich noch 10, und dann gibt's über die Woche alle. ...nicht also auf sich drei und eigentlich wissen sie ... ...wir nicht. Oh nee, das doch, das ja nicht ... ...la demnach ... Also ... kein Mann, das ... Das wird's hier nicht mehr ... ...hohohoho ... ...und im Winter kommt dann auch ... ...ich solls nur jetzt spielen in demnach ... ...müß ich auch nicht ... ...müß ich ... Aber im Moment, ich muss auch mal schauen, ob das wieder heilt ist. Ich warte wieder nichts mehr. Aber jetzt ist ja die erste Mal, dass ich nicht mehr habe. Was? So, was ist denn da? Du, ich muss mir was machen. Das ist ja auch noch drei Jahre. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich dachte, da kommt erst ab 4. Ich dachte immer, da kommt erst ab 4. Wie ist das? Oh ja, das ist das so sehr. Das ist so geil. Das ist so geil. Die sind so geil. Das ist so unnormal. Das ist so unnormal. Die Schnellung des Alters Der kann man einen Verwirkung sicher sein Der kann man einen Verwirkung Das ist der Fall, wirklich die Schnellung Die Schnellung Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass ich da nicht wollte, dass es nicht mehr geht. Ich denke, es geht nicht mehr. Ich denke, es geht gar nicht. Aber ich denke, es geht weiter. Ich glaube, es geht nicht mehr, wenn es nicht mehr geht. Ich denke, es geht nicht mehr. . . Ich denke, es geht weiter. . Schenk. Wir sindик. Oh, 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. Oh, die vierte Nacht. Die vierte Nacht. Die vierte Nacht. Oh, kassel. Die machte ich. Ich muss wieder Bock drauf. Die machte ich. Also eins, ich muss mich. Danke. Oh, hey. Hey, well, day four. Hey, listen. Hey, listen. I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here. For me. Oh, das ist ein bisschen. Es ist ein bisschen. Was? So wenn ich es bin, maybe sometime you could check inside those things. In the back room. Ich muss mich mal wiederholen. Check. Maybe it won't be so bad. Ja, ich war es wunderbar, wenn ich mich da war, dass es nach vorne ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist mir auch zu tun. Das ist mir echt. Das ist mir auch zu tun. Oh Mann, das ist mir auch zu tun. Oh Gott, das ist mir... Das ist ein kleines Dichtel. Das ist voll zu groß. Das ist ein kleines Dichtel. Das ist ein kleines Dichtel. Und das ist immer wieder da. Das ist ein kleines Dichtel. Und das ist ein kleines Dichtel. Das ist ein kleines Dichtel. Das ist der Kleines Dichtel. Das ist ein Tipp für den Kieler. Ah, ich kann hier. Oh, ich kann hier. Komm, komm, komm. Okay. Ja, ich denke, ich bin da nicht mehr. Foh, die Welt ist nicht mehr. Foh, die Welt ist nicht mehr. Aber ich bin da nicht mehr. Oh, ich bin da nicht mehr. Ich bin da nicht mehr. Ich glaube ich zählen mir wieder einen Durchschnitt. Mach es noch nicht mehr, meine trees nicht mehr. Ja, also dabs nicht mehr. Das könnte nicht sagen. Das ist gar nichts. Jetzt machen meine Sachen bitte nur noch mehr. Okay. Danke schön. Oh Gott. Oh, du bist du? Du bist du? Du bist du? denn die fünfte die machen wir irgendwann anders die machen wir ja später mal also nicht jetzt da lebe ich irgendwie jetzt keine Lust dazu also das war's mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch vielleicht mal einen Daumen hoch da deshalb bis zum nächsten Mal und ciao